Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Iran schickt Dutzende Drohnen Richtung Israel. Spannungen in Nahost, iranische Drohnenattacken auf Israel. In einer alarmierenden Eskalation der Spannungen in der Nahostregion haben iranische Kräfte Angriffe mit unbemannten Fluggeräten auf israelisches Gebiet durchgeführt. Diese aggressiven Handlungen markieren eine bedrohliche Verstärkung der seit langem anhaltenden Feindseligkeiten bei gleichzeitigem Tragen zu einem angespannten Klima bei. Die iranischen Drohnen, die laut Quellen für ihre hochentwickelte Navigation und Stealth-Fähigkeiten bekannt sind, starteten eine Reihe von Angriffen auf verschiedene strategische Standorte in Israel. Diese umfassen militärische Einrichtungen und auch kritische Infrastrukturpunkte, die potenziell eine erhebliche Bedrohung für die Sicherheit Israels darstellen. Die israelischen Verteidigungskräfte haben schnell auf die Drohnenangriffe reagiert und Maßnahmen ergriffen, um die Bedrohungen zu neutralisieren. Trotz der fortgeschrittenen Stealth-Fähigkeiten der Drohnen konnten einige von ihnen erfolgreich abgefangen und zerstört werden. Die israelische Regierung hat international um Hilfe gebeten, um der Bedrohung durch den Iran entgegenzuwirken. Politische Analysten sehen in diesen Anschlägen eine ernsthafte Eskalation der Spannungen zwischen Iran und Israel, die das Potenzial für eine breitere militärische Auseinandersetzung in der Region birgt. Einige fordern dringend diplomatische Interventionen von internationalen Akteuren, um eine weitere Eskalation zu verhindern. Diese Drohnenangriffe befinden sich in einem Kontext, in dem der Iran seine militärischen Fähigkeiten einschließlich seines Raketen- und Drohnenprogramms in den letzten Jahren massiv ausgebaut hat. Diese Entwicklung wurde international weitgehend als potenziell destabilisierender Faktor in der angespannten Region des Nahen Ostens wahrgenommen. Die Situation in Nahost bleibt angespannt und unberechenbar. Die jüngsten Angriffe unterstreichen die wachsenden Herausforderungen für die Stabilität und Sicherheit der Region. Im Zentrum all dieser Entwicklungen steht die immer wichtigere und fortwährende Auseinandersetzung zwischen Iran und Israel, eine Konfrontation mit globalen Ausmaßen und tief verwurzelten historischen und politischen Dimensionen. Autor Anita Farke, Samstag, 13. April 2024 Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören.